Gestern und heute haben die Geschäfte geschlossen. Ich bin einkaufsüchtig und ich brauche unbedingt etwas zum Einkaufen. Ich möchte nicht erkannt werden. Darum wird dieses Video so aufgenommen. Ich bin wirklich einkaufsüchtig. Das ist eine Krankheit. Das ist wirklich eine Krankheit. Ich würde gerne eine DVD kaufen, aber das geht nicht. Die Geschäfte haben heute auch geschlossen. Genauso wie gestern. Das ist echt anstrengend. Das ist hart, in der Wohnung zu bleiben. Alleine. Alleine in einer Wohnung. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist echt hart. Ich habe Geld hier. Aber die Geschäfte haben geschlossen. Ich kann nichts einkaufen. Das ist Folter. Das ist schlimmer noch. Ich halte das nicht aus.